Hey, die schwarze Katze wird jetzt demnächst über den Weg laufen, also lauf du mal ein bisschen etwas vor. Ich glaube, die bondet mit dem ersten, den sie sieht. Ist die direkt hier am Anfang? Ja, sobald du in die Stadt kommst, kurz davor. Da steht noch der rote Prinz rum. Wo ist denn die Stadt? Ist die hier geradeaus mit einer Küste entlang, oder? Ah ja, da ist sie. Eine schwarze Katze, eine wunderschöne Kreatur, fast so anruflich. Hallo Katze. Die Katze sind trüb und grau, doch sie startet fort, während intensiv an. Hm, was? Wie bin ich? Hey, hör auf mir nach zu reden. Hey, stopp following me. Hm? Yeah, fine. I'm fine. The cat opens his mouth, as if to speak, but his eyes lose focus and with a jerk he turns away from you. Okay, und die rennen wir jetzt hinterher, ne? Ja. Du solltest gewisse Orte meiden, wenn du die am Leben hält willst. Ja, möchte ich. Also wir haben uns, also ich hab bei der Klasse rausgefunden, es gibt halt die Katze, die kann man sich irgendwie anweinden, wenn sie denn kommt. Und dafür muss ich aber irgendwie ein bisschen was machen und das ist halt schwierig, wenn man nicht weiß, was man machen muss. Ich laufe jetzt einfach euch hinterher, ne? Oh, Arkes hat was. Hat jemand eine Schaufel? Ja, und eine Schaufel wird graben schwer. Du hast Knochen, nimm deine blöden Finger. Nein, niederscherbe. Ja, wenn ich ein Exiliere, könnte ich das tatsächlich machen, aber ich hab meinen schicken Helm nicht mehr. Ah. Das ist nicht mehr zum Graben. Oh Gott. Wieso verschiebst du denn immer die Kisten, Steven? Weiß ich nicht. So draufklicken ist schwer. Erst immer wegschubsen und dann... Ich hab einen verborgenen Alkoven gefunden. Was? Warte, 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 ich will auch gucken nach dem verborgenen Alkoven. Ich hab da die Katze, nein, ich hoffe nicht. Nein, nein. Hier ist ein Schleimpfass. Oh, ich hab zerfletterte Schuhe gefunden. Und eine Bierflasche. Mir geht's gut, ich bleib hier. Und eine Hose und die Brüche. Die Brüche schicke ich, glaube ich mal. Oh, hier ist Steven, guck mal. Da ist eine Kiste, wo ich nicht hinkomme. Na ja, brauchst du denn Teleporter-Skill wahrscheinlich für? Äh, Steven kann auch hinchargen, geht das nicht? Nein. Du kannst nur springen oder teleportieren. Oder du brauchst ziemlich viele Punkte in Telekinesen. Du kannst die Items, die weit weg sind, bewegen. Ah, ja, das hab ich aber auch nicht. Aber wir können hier ruhig mal weitergehen. Hier ist ein Strandabteil weit hinten. Wie? Wie geht's? Ach, da geht's weiter? Das sind Lianen-Tobblätter. Aber dafür werde ich vergiftet. Ja, das ist ein Leben. Wo sind wir denn hier? Hier darf man ja nix klauen. Hier ist ja gefährlich. Das ist ein kleines Kind. Hallo? Oh nein, die weint. Boah, soll ich hier sagen, dass er uns alles geben muss? Oh, vielleicht ist sie nett. Ja, hier so ein kleiner Trick, was das Crafting schon angeht. Und könnt ihr, wenn ihr neben dem Gift, äh, neben diesem Schleimfass steht ihr, in diesem Giftfass, könnt ihr eure Waffe daran vergiften. Oh, Coral. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Hab ich irgendwas aktiviert? Oder habt ihr das gemacht mit der Flucht? No. Das war, glaube ich, gerade nicht. Was hast du getan? Er hat mit der Tante geredet. Der andere Elf hier geredet. Kannst du auch noch rummachen, wenn du selber Elf brichst. Das ist eine Gesprächsoption. Hat die euch was von einem Unterstabstumpen erzählt? Von irgendeiner Magister-Tante. Oh, das ist ein Magister, der, ähm, uns retten kann, der uns helfen kann. Das ist schon mal eine wertvolle Information. Oh. Okay, wir müssen auf dem Boot warten, okay? Also eine Möglichkeit hier runterzukommen, okay. Interessante Info. Aber die Katze ist weg, ne, Jungs? Die wartet unten, die kann nicht hochklettern, aber die... Achso. Die Katze ist weggeklettern. Was ist das hier? Ach, Strams. Schildkröte, rede doch mal mit der Schildkröte. Hallo, ich bin Walui. Kannst du es fühlen? Kannst du die Schmerz sich umsetzt? Äh, was? Nein. Es ist, als ob ich aus dem Inneren ausgewandert bin. Was ist mit der los? Ah. Der hat irgendwas zu sagen, dass es da ein Schatten ist, der sich versucht zu schlingen. Oh, okay, jetzt verstehe ich das. Äh. Äh, äh. Mani vor? Wieso ich? Du bist der Tank. Du, 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 du fangst da an. Da. Wiedergeschlagen. Ich stehe vorne, das ist nicht gut. Tank, geh nach vorne. Oh. Ich hab... Einig nicht. Die große Schildkröte kommt gleich auf dich zu. Oh, shit. Aua. Oh, doch nicht auf mich. Dankeschön dafür. Fick dich. So. sofort die fähig nicht selbst er hat sie gerät er hat sein skill verstanden gg langsam wird es hier ist leider irgendwie feuer oder so dass man kann nur neutrale es geht auch das ist glaube ich ja ja ich gebe dir da recht noch trotzdem wasser so ich denke mal die hier an der seite kann ich die einfrieren geht das so eine kacke warum sagt das ist schon mal nicht mehr über andy aufregen die lesen erklärt den schildkröte küss dich warum ist es auch möglich die gegner positiv zu behandeln und ich darf wieder ich darf wieder diesmal nicht nur daran weil du keinen eimer im kopf hast schockiert ist jetzt gestand für eine runde oder wie er schockiert ja wir können gleich wieder ansehen sehe ich doch du bist immer noch betäubt ist die erste stufe du bist du zum beispiel betäubt super du kannst nichts machen das hat sich nicht lohnt ziel ist zu weit weg das ist aber nicht schön ich werde erst mal Steven ich wollte gerade sagen der darf jetzt erstmal ein paar runden schlafen die kann jetzt wohl nichts mehr machen kann die denn noch schaden nehmen ich frage jetzt was kann ich noch machen einfach linke maustaste oder rechte maustaste zur not mach ich doch wenn wir das nicht gehen hast du nicht nur den 8 AP dann leertaste drücken leertaste ist deine runde zu ende also wenn dich die statuswerte drücken kannst rechtsklick untersuchen machen dann siehst du nochmal alles versteinert ist zum beispiel minus 100 prozent ausweichen luft und feuerresistenz weniger erdresistenz nimmt aber immer noch schaden so jetzt mal hier finnisch hin lecker da warum ist das so ne saurei geworden oh da ist ein poison wand war toll du hast damit gar nichts zu tun mit wänden mit wänden aber hier ist hier ist eine magierhose drinnen kannst du nehmen wo hier in der schildkröte bei dir große dieser große matschaufen hier woran sehe ich dass die magierhose ist weil die dran stehe ich habe auch so immer jetzt mal unsere zauberstelle jetzt kann ich den doppelten nehmen jetzt ich habe toll kann es sein dass wir in der schaufel fehlt er auch wenn wir nicht schlecht so was sie lief wenn man schaubel auch wenn sie zu uns merken und mit der schaufel zurückkehren ja das ist ein fischregal und das ist leer danke danke dafür okay gehen wir weiter das habe ich schon geplündert war ein herring drin gehen wir unten am strand entlang geht nicht weiter geht leider nicht weiter das heißt hier haben wir jetzt alles gemacht was wir machen konnten oder ja da wir keine schaufel haben so ähm falls jemand nochmal hier gucken will all diesem schleimfass hier wenn ihr da rechtsklick kombinieren mitmacht könnt ihr da eure waffe mit kombinieren dann habt ihr eine vergiftete waffe immer da weg wie ist ein stück zur seite ich zünde das anderen kriegen wir keinen schaden ich will da ja mal raus gott das wieso eigentlich doch erst die katze brennt das ist nicht das was sie sollte darauf zu brennen katze hör auf wenn du jetzt stirbst da dran ne will ich nicht mehr mit dir bitte katze nicht darauf so viel schaden zu nehmen aufgehört zu brennen also nochmal wie geht das mit dem kraften rechtsklick kombinieren mit und dann ziehst du deine waffe da drauf aber ich habe ich mag er wird das wenig sinn machen wahrscheinlich aber klingen waffen sollten damit vergiftbar sein und die ist dann dauerhaft damit verzaubert oder was ja wer hat die jetzt eingesteckt der busch der busch der busch war es ich bin stein komm wer hat die katze kann ich jetzt nochmal kombinen kann jetzt mal einer die katze heilen ich will nicht dass sie stirbt ich brauch sie noch leider kein heilspell ist wieder sehr gut geplant alles hallo will heiler spielen hallo ah hier ist ähm die festung kommen die anderen beiden chaoten noch oder nicht ich habe wenigstens die entschuldigung dass heilung für mich schädlich ist aber hier kann zertrifft deswegen trotzdem andere leute heilen hallo hallo hier ist die hallo kommt ihr nach meinem verstecken das fest euch zu vergiften ok ich vergifte euch alle ey hallo nett sein alle dabei sind da ok wer ist bischof dünter Ist das Atusa? War die mit auf dem Schiff? Ne, ne? Ich habe die zumindest nicht gesehen auf dem Schiff. Ist die Atusa nicht die komische Magister-Tante, die uns helfen können sollte? Oh nein, stimmt, das ist die, die vorhin gesagt hat, dass die uns hilft. Oh, oh, was soll ich denn da machen? Oh, würdet ihr mich mal damit nicht alleine lassen? Was würdet ihr machen? Leise Krübeln klickt immer gut. Aber das war nicht gut. Genau, einfach die Schnauze halten. Hörst du? Unangenehm. Hat sie sich gerade selber getötet, die dumme Kuh? Sie hat ihre Zunge rausgeschnitten. Stopp! Nein, warum? Mein Vater, May his soul rest in peace, Would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, Your bishop and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, Then you will help the void destroy it. Dallas? Yes, your holiness? I believe we're done here. Nein, 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 was tun sie? Oh, das ist echt gut. Guck mal, du kannst wieder was essen gehen. Was sind das für Haustiere? Wieso sagt er gut? Wieso sagt er gut? Ich will doch mehr töten. Was soll denn der Scheiß? Der wollte uns helfen. Doof? Alle Mann? Ja, aber anscheinend ist er aufgeflogen. Ja, warte mal. Andere haben ihn dafür exekutiert. Oh, how tragic. Ja, ja, du mich auch. Wenn ich nur weinen könnte. Oh, ich habe ein Stück Bein gefunden. Mh, lecker Bein. Heute gibt es Eisbein, warte. Ich esse jetzt ein Stück Bein. Mh, essen. Ein Name ist im Kopf. Verdas, Verdas, Verdas. Okay. Er darf nicht hier sterben. Habt ihr gehört? Wer das muss gesucht werden. Wer auch immer das ist. Hahaha. Hahaha. Wow. Das ist schon wieder ein Ort mit tausend Leuten. Müssen wir jetzt wieder mit allen reden? Mir wird eine Elfe bedroht. Das ist doch genau dein Ding. Wo, wo, wo? Ja, Elodie. Wo bist du denn? Du stehst doch direkt neben mir. Ah, da. Äh, mach mal. Ach, das ist die Tante aus dem Schiff? Ja, ja, aber du stehst jetzt bei mir und der Dark ist. Ähm, ja. Okay, die Tante ist mir egal. Der Helfe. Der Helfe. Der Helfe. Der Helfe. Der Helfe. Die Erpressung. Wen sollst du erpressen? Someone's got to keep this place running. Griff can't do it for free. Why'd you gotta make this so hard? Pay up, Elf. No one shorts, Griff. Especially not one of you. Was los? You two ought to be thanking your lucky gods. It's us. And not the Magisters enforcing right here. Will die Magister mich nicht so melden? A fool. Never knows what you've got. Blitz well and gone. Pfff. Now come on, Elf. If you make me say it again, there's gonna be troubles. Sag mal Bescheid, wenn du dich prügeln willst. Vielleicht will ich das. Erstmal werde ich ihm sagen, dass er tief gesunken ist. Das hilft immer. Du, der Stunk hier, ey. You look like you're worth a little more than that. Get lost, Elf. Mama here is paying for both for you. Was? Ich denke nicht. Die ist halt los ab, Thiel. Learing. Ein Goldstück hochhalten, fallen lassen und dann sagen, hoppla. Soll ich lose sagen, sie sollen mit uns gehen? Geht das? Nee, geht nicht. Wir sind schon eine volle Gruppe. Wenn wir nicht voll wären, damit kommen. Oh, was das? Ihn deinen Geldbeutel hinhalten und ihn zurückziehen, als er danach greift. Mit der anderen Hand über seine Wange streichen, ihn dann am Hals packen und seinen Kopf hart gegen dein Knie stoßen. Das ist nicht sehr christlich. Das ist immer das, was ich will. Wimpering. Nicht da am Boden. Ey, die schwirren man auf dem Boden. Ihn mit insgesamt gewissen Zehn sagen, dass die Verhandlung beenden sei. Er hat verloren. Zieh's richtig durch und brich ihm auch noch das Bein, bitte. Okay, gegen sein Knie treten und in sein Bein muskeln. Ok, ich glaube jetzt verstanden. Bist ganz schön rapiat, oder? Ja. Das sind eine Elfe. Elfen müssen Elfen helfen. Wir sind helfende Elfen. Okay. Wir müssen mit dir mit. Okay. Also wenn du hier schon Leute verstümmelst, geh mal lieber mit. Ich hoffe, es hat keiner gesehen. Ich finde, ich habe das richtig gemacht. Hat dir denn nicht geholfen? Kannst du mal die Leute... Ey, der Typ wollte die erpressen. Was glaubt ihr denn? Kannst du die Leute mal in den YouTube Kommentaren fragen, ob das eine Entscheidung war? War das die richtige Entscheidung, oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare. Hahaha. Hallo. Du blöder Tank. Ich stehe den Elfen nicht im Weg. Hier läuft eine Ratte. Frag die mal, was hier abgeht. Ich muss erstmal meine Katze irgendwie... Ist die Katze jetzt hier in Sicherheit? Hier außerhalb der Höhle? Hier ist ein Hund. Ah, der Hund greift mir die Katze an. Hier ist mein Und reinklamentAsst. Schreibt sich. Schreibt St.